Herzlich willkommen zu der E-Learning-Lektion Das Kreislaufsystem. Diese Lektion hat die Wertigkeit von einem CE-Punkt, was einer Fortbildungsstunde entspricht. Sie wurde von Brüssel für das E-Learning-Portal SMEDX entwickelt und auf Basic-Niveau angepasst. Diese Fortbildungseinheit befasst sich mit dem grundlegenden anatomischen und funktionellen Aufbau des Herz-Kreislauf-Systems, wie auch seiner wichtigsten Funktionen zur Regulation. Das Herz-Kreislauf-System besteht aus zwei Teilsystemen, dem Körperkreislauf und dem Lungenkreislauf. Das Herz bildet die Verbindung dieser beiden Kreisläufe. Von der linken Herzkammer wird sauerstoffreiches Blut durch den Körper gepumpt. In den Kapillaren werden Sauerstoff, Glucose, Fette und andere Nährstoffe abgegeben und Stoffwechselprodukte und Kohlenstoffdioxid aufgenommen. Nachdem Blut am rechten Vorhof angekommen ist, durchläuft es von dort den Lungenkreislauf. In den Kapillaren um die Lungenalveolen wird Sauerstoff aufgenommen und Kohlenstoffdioxid abgegeben. An dieser Stelle eine kurze Repetition. Sie sehen hier den Querschnitt einer Arterie vom muskulären Typ. Ordnen Sie die drei Begriffe den korrekten Stellen auf der Abbildung zu, indem Sie diese an die entsprechenden Pfeile ziehen. Sobald Sie fertig sind, überprüfen Sie mit Daten unten rechts Ihre Auswahl. Das stimmen leider noch nicht alle Zuordnungen. Probieren Sie es einfach noch einmal. Perfekt! Alle drei korrekt zugeordnet. Dann kann es jetzt mit den Venen weitergehen. Venen gleichen im Aufbau den einzelnen Schichten der Arterien. Allerdings ist die äußerste Schicht, die Tunica Adventitia, dicker und die Muskulatur in der Tunica Media deutlich schwächer.